Frenn und die beiden anderen Abenteurer Victor und Bart fragen sich, was mit ihnen passiert. Frenn ist verängstigt und verängstigt, weil sie nicht weiß, was sie tun soll. Sie weiß ganz genau, dass sie beim Lehrer weder Magie noch andere Fähigkeiten anwenden kann. Und da sie nun keine Waffe mehr hat, kann sie besiegt werden. Auch die anderen beiden Abenteurer fragen sich, wo sie sind. Sie schreien Kratznamen und die Namen der anderen Abenteurer in ihrem Team, aber niemand kommt ihnen zu Hilfe. Innerhalb eines Sekundenbruchteils wird ihnen klar, dass sie auf sich allein gestellt sind. Die riesige Spinne kommt vor ihnen. Sie lacht sie aus, als sie auch ihre Aura entdecken und denken, dass sie viel stärker ist als alle anderen. Sie aktiviert einen Teil des Kerkers und etwa fünf Pfeile treffen Victor. Die anderen schreien seinen Namen und finden heraus, dass es im Kerker Fallen gibt. Ungefähr zur gleichen Zeit versuchen verschiedene Hölzer und Pfeile, sie zu erstechen. Sie alle rennen durch den Kerker, versuchen den Stacheln des Holzes auszuweichen und hoffen, dass sie nicht sterben. Auf der anderen Seite des Kerkers hingegen fragen sich die anderen, was sie dazu gebracht haben könnte, sich plötzlich ohne Instrument zu teleportieren. Amanda sagt, dass es in diesem Verlies nur eine Spinne gibt, die das kann, also könnte es nur das Werk einer Spinne sein, die sich zum Trickster Level entwickelt hat. Sie fragen sich, ob sich eine Spinne so schnell entwickeln kann. Selbst wenn es sich um eine weiterentwickelte Spinne handelt, wie könnte sie sich plötzlich so plötzlich entwickeln? Einer von ihnen bemerkt, dass es möglicherweise das Werk einer anderen Person ist, aber die anderen bringen ihn zum Schweigen und sagen, er solle ihnen keine Angst einjagen. Sie erinnern sich daran, dass die Gefangenen keine Waffen haben und in Gefahr sein werden. Deshalb sind sie entschlossen, sie so schnell wie möglich zu finden und zu retten. Sie teilen sich in drei Gruppen auf, zwei davon sind zwei Abenteurer-Teams, und Amanda arbeitet alleine. Amanda wählt den Lehrer aus und beschließt, Fren zu finden. Der Lehrer hingegen macht sich Sorgen um Fren. Er verspricht, sie zu finden und zu retten, obwohl er weiß, dass das Versprechen unmöglich erscheint, da ihm nichts einfällt, was er tun könnte. Die Abenteurer beschließen, in einen anderen Teil des Verlieses zu ziehen und beginnen mit der Suche. Nachdem sie zwei Teile des Kerkers durchsucht hatten, konnten sie immer noch keine Rügefangenen finden. Als Amanda an eine Wand kommt, nutzt sie ihren magischen Wind und Lärm, um Magie zu sammeln und das gesamte Gebiet zu durchsuchen. Indem sie den Lärm und die Stimmen der Menschen innerhalb der Mauern hört, um herauszufinden, ob Fren da ist, sagt sie, dass es im Kerker mehrere Spinnen gibt, weshalb es ihr schwerfällt, die Stimme der Trickster-Spinne zu bestimmen. Sie kann auch die Stimme von Fren nicht hören. Der Lehrer beobachtet Amanda, wie sie diese Fähigkeit anwendet. Er meint, dass die Fähigkeit nützlich ist und sich sicherlich als nützlich erweisen wird. Er sagt auch, dass er seine telepathischen Fähigkeiten genutzt hat, um einen Weg zu finden, mit Fren zu kommunizieren. Aber alle seine Bemühungen waren fehlgeschlagen. Einer der Abenteurer erinnert sie an eine Situation, in der sich Menschen in die Wand teleportierten und einige von ihnen in der Hoffnung, dass die Gefangenen herauskommen würden, gegen die Wand schlugen. Währenddessen versuchen Fren und die anderen Gefangenen, den Fallen auszuweichen, indem sie aus dem Wald herumspringen. Fren tritt auf eine Falle, die einen Teil des Bodens aktiviert, der sie trifft. Sie bricht zusammen, während die Spinne sie ansieht und lacht. Der Lehrer ist jedoch entschlossen, Fren zu retten. Er denkt an alle seine Fähigkeiten, die er nutzen könnte, um sie zu finden. Der Lehrer denkt darüber nach, was er tun kann. Er fragt sich, ob sein ganzes Leben, indem er durch das Kämpfen in allen Dungeons Fähigkeiten und Magie sammelt, dazu beitragen kann, seinen lieben Freund zu retten. Und er beschließt, alle seine Fähigkeiten auf den Prüfstand zu stellen. In der Zwischenzeit ist Fren müde und erschöpft, weil sie in allen Teilen des Raums herumgelaufen ist. Dass sie rennt, aktiviert eine weitere schreckliche Falle. Sie schreit sich selbst an und fragt sich, warum sie zu nutzlos ist, um etwas zu tun oder für sich selbst zu kämpfen. Die Lehrerin denkt weiter darüber nach, was zu tun ist, während Amanda weiterhin ihren Lärmschutz einsetzt, um den Ort zu finden, an dem Fren und die anderen sind. Während der Lehrer seine Fähigkeiten ständig überprüft, überlegt er, ob er die parallelen Fähigkeiten nutzen sollte. Aber er ändert seine Meinung und überprüft weiter. Schließlich findet er die Fähigkeiten zur Sippenbeschwörung. Er erinnert sich an die Fähigkeit, die sie dem Käferführer in ihrem ehemaligen Verlies abgenommen haben, und geht davon aus, dass er Verwandte herbeirufen kann, die ihm bei der Suche nach Fren helfen könnten. Er möchte herbeirufen, glaubt aber, dass Amanda es bemerken wird, wenn er in diesem Raum herbeiruft, und er möchte Fren nicht in die Situation bringen, zu erklären, was mit Amanda passiert ist. Er ändert jedoch seine Einstellung und sagt, das Wichtigste für ihn in diesem Moment sei, Fren zu finden, und Amanda sei egal. Er spricht mit seinem Ansager und fragt, welches Tier sofort herbeigerufen werden kann. Seine Sprecherin antwortet, dass er ein Wolfstier hat, und sie erwähnt auch mehrere Arten von Wölfen. Die Liste wird erschöpfend und er weiß nicht, welche davon er auswählen soll. Also fragt er seinen Ansager, welcher der Wölfe Fren im Kerker finden kann. Sein Ansager sagt ihm, dass der Onyx-Wolf einen tollen Job machen wird. Im Handumdrehen ist Teachers ruft den Onyx-Wolf herbei. Als die Beschwörung beginnt, zieht der helle Lichtstrahl Amanda an. Sie dreht sich zum Licht um und sieht, dass die Beschwörung stattfindet. Sie fragt sich, wer im Kerker Verwandte herbeigerufen hat, und als sie darüber nachdenkt, kommt der herbeigerufene Wolf heraus. Sie erkennt, dass es sich um einen Onyx-Wolf handelt und beobachtet, wie der Wolf zum Angriff aufbricht. In einer Richtung spricht der Lehrer hingegen mit dem Wolf und bittet den Wolf, den Kerker zu durchsuchen und Fren zu finden. Der Wolf weigert sich jedoch, seine Stimme zu hören. Stattdessen schickt der Wolf weiterhin Sprengstoff auf den Lehrer. Amanda bemerkt, dass der Wolf sie nicht angreift. Stattdessen greift der Wolf einen anderen Teil des Kerkers an. Und sie bemerkt auch, dass der Wolf nicht zum Kerker gehört. Sie beschließt, dass sie die Verantwortung hat, den Wolf zu besiegen, auch wenn er zum Kerker gehört oder nicht. Sie macht sich auf den Weg, um gegen den Wolf zu kämpfen, und der Lehrer spricht telepathisch mit ihr. Er sagt ihr, dass er derjenige ist, der den Wolf gerufen hat, und sie solle ihn bitte nicht angreifen. Sie fragt ihn, wer er ist und bemerkt, dass er telepathische Kräfte einsetzt. Er sagt, er könne ihr in diesem Moment nicht erklären, wer er sei, aber er sei Franz' Begleiter und mache sich Sorgen um Fren. Deshalb hat er den Wolf gerufen, um Fren zu finden. Sie sagt ihm, dass sie ihm glaubt, obwohl sie ihn nicht kennt. Also lässt sie den Wolf seine Arbeit tun. Doch anstatt zu Fren zu gehen, wie der Lehrer es befohlen hat, greift der Wolf den Lehrer weiterhin an. Amanda erzählt dem Lehrer, dass der Wolf durchgedreht ist. Sie erklärt, dass er aufgrund der Kräfte und des Manners, die der Beschwörer bei der Beschwörung verwendet, überwältigt wird. Und er hat so große Schmerzen, dass sein Herz fast platzt. Er hat das Gefühl, dass der Beschwörer ihn absichtlich gerufen hat, um ihm Schmerzen zu bereiten, und Tiere neigen in solchen Situationen dazu, ihre Beschwörer aus Rache anzugreifen. Das erklärt, warum der Wolf den Lehrer immer wieder angreift. Amanda sagt dem Lehrer, dass der beste Weg, den Wolf zu beruhigen, darin besteht, ihm einen Namen zu geben, wenn der Wolf keinen hat. Der Lehrer fragt seinen Ansager, ob das, was Amanda gesagt hat, wahr ist, und sein Ansager sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf sich beruhigt, bei 95 Prozent liegt, wenn er dem Wolf einen Namen gibt. Der Lehrer steht vor dem Dilemma, über den besten Namen für den Wolf nachzudenken. Er sagt, er sei in einem Konflikt und wisse nicht, welchen Namen er ihm geben soll. Aber da der Wolf hier ist, um ihm bei der Suche nach Frenn zu helfen, wird er ihn Urushi, den Wolf der Dunkelheit, nennen. Als der Wolf auf den Lehrer zuspringt, um ihn erneut anzugreifen, schreit der Lehrer sofort den Namen, Urushi. Er ruft den Namen, der Wolf bleibt stehen, nimmt das Mana aus dem Körper des Lehrers und wird zu einem Guten vertrauten. Er erwirbt die gleichen Fähigkeiten wie der Lehrer, und der Lehrer ist erstaunt darüber, wie großartig es sein kann, einer Sache einen Namen zu geben. Er sagt Urushi, dass es ihn riechen und den Geruch von Frenn aufnehmen soll, damit sie Frenn finden können. Urushi tut, was sein Meister befohlen hat. Er trägt den Lehrer in seinem Mund und rennt. Amanda fragt, warum sie sie verlassen, und der Lehrer fordert sie auf, ihnen nachzulaufen. Mittlerweile ist Frenn die einzige Gefangene, die noch überlebt. Die Spinne löst eine Falle aus, die ihre Wange kratzt. Sie wird vergiftet und bricht zusammen. Sie weint und sagt, dass sie genauso schwach gewesen sei, bevor sie den Lehrer traf. Und sie kann nichts ohne den Lehrer tun. Als sie kurz davor ist aufzugeben, stellt sie sich den Lehrer vor und was er ihr sagen würde. Er sagt ihr, dass sie an diesem Punkt nicht aufgeben kann und dass sie stark ist. Die winzigen Spinnen kriechen auf Bart und Victor zu und überwältigen sie. Frenn gewinnt ihre Kräfte zurück. Während sie an den Lehrer denkt, und macht sich auf den Weg, um Bart und Victor zu treffen. Sie hilft ihnen, die Spinnen zu vertreiben. Sie fragen sich, warum sie trotz der Vergiftung so stark ist. Und sie kämpft gegen die Trickster-Spinne, damit sie sie ablenken kann. Schließlich gelangt Urushi an eine Wand, von der er glaubt, dass sie mit Franz' Aufenthaltsort in Verbindung steht. Amanda nutzt ihre Windfähigkeiten, um die Mauer einzureißen, und sie finden heraus, dass Spinnennetze verwendet wurden, um die Straße zu sperren. Und sie werden gefangen sein, wenn sie hindurch gehen. Der Lehrer sagt, er könnte es schaffen. Er denkt an die Fähigkeit, die er in dieser Situation einsetzen kann. Und schließlich beschließt er, es zu verbrennen. Er erkennt an, dass er in diesem Fall alle seine Kräfte verlieren könnte. Andererseits bereitet sich Frenn darauf vor, die Spinne zu treffen, obwohl sie weiß, dass sie zu schwach ist, um sie zu zerstören. Während sie springt, verbrennt das Feuer des Lehrers die Spinne. Der Lehrer geht Frenn entgegen und sie umarmt ihn. Er sagt, er solle sie heilen. Aber sie meint, dass sie zuerst die Spinne bekämpfen sollten. Der Lehrer heilt sie und sie umarmt ihn, obwohl sein Körper heiß ist. Er sagt ihr, dass sie seine stärkste Schülerin ist und er ist sehr stolz auf sie, dass sie bis dahin durchgehalten und trotz ihrer Schwäche gekämpft hat. Amanda kommt, springt Frenn unter Tränen an und sagt, Mama ist glücklich. Frenn sagt ihr, dass sie nicht ihre Mutter ist, umarmt sie aber nach der Begrüßung. Amanda fragt Frenn, wer das Schwert ist und sagt, dass sie es wissen möchte. Sie vermutet, dass ihre Frage unangenehm sein könnte. Und sagt, sie wisse, dass es falsch sei, nach der Waffe und der Magie eines anderen Abenteurers zu fragen. Und sie weiß, dass das Geheimnis nur sein kann, sagte zu jemandem, dem sie vertraut. Frenn antwortet, dass sie Amanda vertraut. Und Frenn erzählt der Lehrerin, dass sie Amanda ihr Geheimnis verraten möchte. Obwohl der Lehrer froh ist, dass Frenn einen Menschen gefunden hat, dem sie vertrauen kann, wird er eifersüchtig auf Frenn und Amanda. Erlaubt Frenn jedoch, Amanda das Geheimnis zu verraten. Frenn verrät Amanda das Geheimnis und Amanda ist so aufgeregt, den Lehrer kennenzulernen. Schließlich treffen sie Viktor und Bart. Amanda fragt sie, woran sie sich als letztes erinnern, wenn sie das Geheimnis gehört hätten, das Frenn ihr erzählt hat. Aber sie hörten es nicht, also verlässt sie sie. Der Lehrer stellt Urushi auch Frenn vor. Sie gehen, um sich den anderen Abenteurern im sechsten Stock anzuschließen. Doch als sie dort ankommen, können sie niemanden finden. Der Lehrer fragt sich, ob die anderen Abenteurer verletzt worden sein könnten und sagt, dass sie Urushi schicken werden, um sie zu finden. In diesem Moment schreit die weibliche Spinne. Sie alle hören die Stimme und sehen ein Licht von der Wand. Sie beobachten...